Das ist Apelsel. In 300 Metern haben Sie hier Zwischenziel erreicht. Dann links abbiegen. Statt Dassel. In 300 Metern rechts abbiegen. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Jetzt links abbiegen. In 300 Metern rechts abbiegen in Wiederschen Strasse. Jetzt rechts abbiegen. In 300 Metern rechts abbiegen in die Allerbach Strasse. Dann links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Oder links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links. Da ist noch frei unterwand. Fahrt raus. Jetzt rechts abbiegen. Oh, dann können wir von links noch. Noch. 2,4 Kilometer der Straße. Ah, bitte. Stopp. So, das wär's. So, tschüss.